Hallo lieben Christian Schömer, Pater, Korrektionsschule, Sprungpsychologe und so weiter und so fort. Wenn du auch für die Fragen hast, kannst du ein Formular auf liebeschiff.de stellen. Nochmal kurz der Hinweis, im Podcast, im Liebeschiff-Podcast wird es auch irgendwann mal Werbung geben. Nur, dass es euch nicht wundert, muss sein. Und so, jetzt habe ich es zwei Mal gesagt, sage ich es eigentlich normal. Dann, genau, betrifft aber nur den Podcast. YouTube gibt es ja eh Videos, wenn ihr nicht YouTube Premium habt. So, heute haben wir die Frage, was mache ich denn, wenn ich mich trenne und der Partner respektiert diese Trennung oder, ja, meine Grenzen nicht. So, hallo Christian, ich habe eine Frage, auf die ich keine Antwort finde, kurz mal in der Geschichte. Ich würde es jetzt nicht anträgern, ich fasse es mal grob zusammen. Ich bin in den 40ern, Alkoholiker, Eltern, also wenn ich, wie oft ich das, also meiner Ansicht nach ist, dass die, ein Grund, warum man kein Alkoholiker sein sollte mit Kindern, es ist die Autobahn in eine toxische Beziehung, wenn man Eltern hat, die ein Suchtproblem hatten. Da würde ich wirklich mal eine Studie gerne sehen, wie viele Leute das in eine toxische Beziehung bringt. Das ist einfach Wahnsinn. Aber gut, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben, ne, hilft ja nichts. Anschließend, also, ja, einer hatte auch stark nazistische Waldensanteile. Ich habe mich von einer toxischen Beziehung befreit. Die fünf Jahre dauerten, die wohnten nicht zusammen. Das ist mein zweiter Anlauf. Im ersten Anlauf, man braucht, wenn man die ganzen kleinen Sachen mitzählt, die kleinen On-on-Offs, sagt man, man braucht sieben, beziehungsweise zehn bis 15 Mal sich zu befreien. Je nachdem, wie schnell man Zugang bekommt zu guten Materialien, gutem Wissen und auch natürlich anderen Faktoren, auch Toxizität spielt auch eine Rolle in der Beziehung. Das ist leider normal, dass man viele, also mehrere Anläufe braucht. Was jetzt nicht heißt, dass du noch zehn machen sollst, nicht, dass du das falsch verstehst. Das heißt, konnte er mich durch triale Nervversuche, in Anführungsstrichen, wieder zurückgewinnen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das ein bisschen korrigiere und sage, du hast ihn auch zurückgenommen. Weil es ist, glaube ich, immer wichtig zu sehen, also ich verstehe schon, dass man in dem Moment scheinbar keine andere Wahl gab, als ihn zurückzunehmen, verstehe ich absolut. Gut, trotzdem ist es, glaube ich, immer wichtig zu sehen, hey, wo habe ich auch mitgemacht? Also und da das auch, ohne sich da jetzt für runterzumachen, das mache ich jetzt gar nicht so. Aber einfach zu sagen, ja, ich habe ihn auch zurückgenommen. So, die Beziehung war von allem in den ähnlichen Geprägen, muss man jetzt, glaube ich, nicht auf alles eingehen. Beschimpfungen, Wutanfälle, unersichtlichen Grund, ja, so totale Volatilität und dann kann man immer wieder einmal sagen, dass es ihm leid tut. Ja, das ist ja der toxische Kreislauf. Also wenn Menschen sich entschuldigen für irgendwas und machen es sofort wieder, sagt man immer so hart, es ist Manipulation. Weil das ist der toxische Kreislauf, Honeymoon, Anspannungsphase, Explosion und dann geht es ja von vorne mit Lovebombing, Honeymoon, sich entschuldigen. Aber es ändert sich nichts. So, nach dieser Trennung war vor ein paar Tagen geht es mir gut, ich leide nicht, verplane noch meine Zeit. Habe zugegebenermaßen die Trennung auch gut vorbereitet, sehr gut. Meine Sorge besteht darin, dass er nochmal auftaucht. Beim letzten Trennungsversuch stand er auch plötzlich vor meiner Tür. Wie gehe ich am besten damit um, rede ich kurz? Nein, auf gar keinen Fall. Mache ich nicht auf? Ja, sage ich nochmal kleb und klar, keinen Kontakt? Nee, das weiß er ja und das ignoriert er ja. Das weiß er erst so, als wir es ihm ja gesagt haben. Und das wird ja klar sein. Und dass man dann nicht zum Partner nach Hause führt, wenn man sich gerade getrennt hat. Vielen Dank, deine Videos, haben mir sehr geholfen, diesen ganzen Irrsinn zu durchschauen, zu verstehen. Liebeskummer und Liebeskummer-Detox-Kurs in der Bearbeitung. Liebe Grüße Katschuschkala. Katschuschkala, ja, also das hat natürlich viele Implikationen, die wir hier nicht alle bearbeiten können, die er auch psychologisch auch verlassen, sage ich mal. Aber grundsätzlich ist kein Kontakt, das heißt, du redest kein Wort mit ihm, du machst nicht auf. Und wenn er dann, weiß ich nicht, oder was weiß ich, nach Zeitraum X immer noch steht. Ich kann nur sagen, was ich persönlich machen würde, ich würde dann in die Polizei rufen. Ja, lass ich mal gleich die Daten aufnehmen. Und wenn das öfter vorkommen sollte, da gibt es, soweit ich weiß, gibt es bei der Polizei da spezielle BeamtInnen, die für sowas, das ist ja für die absolute Alltag, das kommt ja ständig vor sowas. Ja, dann kann man sich ja beraten lassen, gibt es eventuell Kontaktverbot, in krassen Fällen gibt es auch weitere juristische Möglichkeiten, muss sich dann da entsprechend beraten lassen. Aber es ist immer, wie weit bist du bereit zu gehen, das jetzt wirklich zu beenden. Das ist die Frage des Universums und je härter du da bist, umso schneller, wie gesagt, es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass man es hier ein Rennen zu gewinnen gibt, aber je härter du bist, umso schneller wirst du da weiterkommen. Und die Möglichkeiten gibt es, wahrscheinlich, wenn euch noch mehr einfallen, könnt ihr gerne drunter schreiben, auf gar keinen Fall würde ich in eine direkte Interaktion gehen, auf gar keinen Fall. So, ne, und ja, ja, vielleicht macht, wenn das dann die Polizei mal einmal da im Spiel war, vielleicht gibt es dann auch eine Gefährderansprache, also da, das gibt schon Sachen, ähm, ja, also, wie gesagt, dass es für Polizei ist, dass es, was, es wird wahrscheinlich jeden Tag x-mal vorkommen, sowas. Ähm, aber gut, ähm, trotzdem würde ich auch sagen, ähm, ich weiß, da tritt immer eine Menge Angst auf, wir trotzdem sagen, ähm, steigere dich da jetzt nicht rein, so in so Fantasien, was alles passieren könnte, ja, vielleicht steht da vor der Tür, vielleicht machst du nicht auf und das war's. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, das ist jetzt einfach nur ein Mittelwert über die E-Mails, die ich bekomme. Ich weiß, dass es auch ein Leben gibt außerhalb der E-Mails, die ich bekomme, wo es vielleicht anders läuft, aber ich kann nur sagen, dass ich, ich persönlich jetzt selten von irgendwas lese, wo es so über sowas hinausgeht und, oder fast eigentlich so gut wie gar nicht. Und man sollte auch ein bisschen, also, das gehört auch dazu, zur Heilung von so einer Beziehung, dass man sich nicht so, das ist nur meine Meinung, also, wenn ihr das anders seht, würde ich sagen, dass man sich diese Angst auch nicht zu sehr hingibt, was könnte jetzt alles passieren. Die ist nämlich auch Teil dieses toxischen Trennungsprozesses, ne, bist du nicht allein mit. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen weiterhelfen, wir sehen uns mal wieder, ciao, ihr Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.